Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Tut mir leid für dich, Junge. Ich soll die Schürfstellen aufsuchen. Das wird kein Kinderspiel sein. Sieh dich vor. Suche vor allem die Paladiner auf. Sie führen die drei Gruppen an. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Parsifal. Ja, werden wir auch noch machen. Wie ist die Lage? Du musst alle Schürfer und das Erz finden. Dann werden wir uns darum kümmern, wie wir dieses Tal verlassen können. Okay. Hier, Garond. Wie sieht's eigentlich aus? Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange tausend Goldstücke für Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Gorn hat doch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold. Dann lasse ich Gorn frei. Gorn ist schon eine coole Sau. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal mit Milton. Vielleicht kann Milton uns wenigstens ein bisschen was beisteuern. Zu dem Gold. Weil ich nicht daran glaube. Aber Gorn ist schon eine coole Sau. Was es recht cool wäre, wenn wir den mitnehmen könnten. Wenn er uns folgen würde quasi. Ah, alles klar. Cool. Das ist doch was. 750 Gold für Gorn. Ne, 650 Gold für Gorn. Das ist cool. Ne, 750 war richtig. 750 ist echt. Entschuldigung. Na komm. Hier. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Nicht drauf verlassen. Alles klar. Cool. Das machen wir noch. Dann ist bald auch wieder meine Zeit erschöpft hier. Da muss ich langsam mal schlafen. Wir haben mittlerweile schon den 24.12. Also, Heiligabend oder Heiligmorgen. Heilig, keine Ahnung wie das heißt. Egal. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Das ging aber schnell, ey. So, erst mal speichern mal. Weiß gar nicht, wo Korn ist. Du bist Drahl und Sträfling. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie zehn Männer. Binnen von Augenblicken verbrannte sein Feuer, atem die Hütten. Ein Drache. Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Alles klar. Dass du mal wahnsinnig bist. Erst mal alle Zellen aufmachen. Die vornste Reihe hat dein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst, ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Warte. Ich habe hier noch was, das du gut gebrauchen kannst. Diese Rüstung habe ich hier in der Zelle gefunden. Hat wohl einer der Gefangenen hier versteckt. Mir ist sie zu klein, aber dir könnte sie passen. Danke. Wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Mittelle Rüstung. Willst du mich verarschen oder was? Die habe ich doch schon. Jetzt habe ich die zwei mal. Och, Manu. Gorn. Hättest du mir auch deine Rüstung geben können? Hey, laufen wir nicht so schnell. Ich habe so einiges gehört. Das wäre echt halt nützlich, wenn wir Gorn mitnehmen könnten irgendwie. Das war doch klar. Oder am besten Milton und Gorn. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann haue ich ab. Dann gehe zu Onas Hof. Lee ist mit seinen Jungs dort. Er braucht gute Männer wie dich. Das mache ich. Werd mir mal angucken, was die da veranstalten. Ah, toll. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Mann, Gorn, du könntest uns doch wenigstens mal helfen. Ich habe Gorn befreit. Gut. Dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrocar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Gute Reise. Toll, die verziehen sich beide und ich muss den ganzen Scheiße wieder alleine machen. Wie früher ist das? Wie früher? Ich sag's euch. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Ich schwitze. Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie's mir geht? Ich steh den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Angor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Wer ist Angor? Angor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen wahre Münze. Und das kannst du dir nicht leisten? Für den geringen Sold, den wir kassieren, krieg ich höchstens ein paar Rüben. Wo finde ich diesen Angor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Alles klar. Ist das ein Gürtel der Stärke? Da wollte ich mal grad gucken. Den haben wir ja, ne? Amulett tragen. Eins mit Stärke. Und Gürtel tragen wir einen mit 5 Stärke. Mit 55 Stärke. Was kostet der denn, der Gürtel? Wo ist er denn? Ah, der hatte den gar nicht, ne? Der Typ mit den Spruchrollen hatte den, oder? Hey! Gürtel stärke 1000 Gold. Was bringt uns die Sädenerrüstung? 150. 75. Der bringt uns 38, der Gürtel. Ich hab auch selbst in den Rechtsklick gedrückt. Können natürlich hier so ein paar Fälle verkaufen. Sumpfkraut. Können wir auch verkaufen. Nicht alles, aber das meiste. Silberner Ring. Können wir eigentlich auch verkaufen. Hier in der Statue behalten wir mal. Wir haben noch einen Rohstall und zweimal glühende Klinge. Skelett eines Knochen. Skelett eines Knochens. Das ist die Aussage 2017. Ei, 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 ei. Äh. Wir nehmen den mal mit. Da haben wir eh einen Stärkegürtel tragen. Warum nicht den mit mehr Stärke tragen? Können wir den anderen wenigstens verkaufen. Zeig mir. Auch wenn der nicht so viel bringen wird. Ja, 75. Das ist gar nichts. Äh. Unser Schwert müssen wir neu anlegen. Und jetzt fehlen uns noch 5 Stärke. Da uns hier keiner Stärke beibringen kann, erstmal. Von denen. Sind wir wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen. Das ist ganz schön ätzend. Muss ich gerade mal sagen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Du kannst mir wahrscheinlich auch keine Stärke beibringen, ne? So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön. Ich bin Angor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Dann zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Ware. Du hast Armbrüste, du hast Bolz. Du hast Amulett. Und Ring. Bolzen kaufen wir dir erstmal ab. Sofiel ist schon mal klar. Damit du Bescheid weißt. So. Leichte Armbrust und Jagdarmbrust. Und ne normale Armbrust. Und deine schwere Armbrust. Dann hast du noch ein paar Spruchrollen. Großer Feuersturm. Auch nicht schlecht. Dämon beschwören. Kleiner Feuersturm. Und Rohstall. Den Rohstall nehmen wir mal mit. Landkarte Minental. Und ein paar Heiltränke packen wir noch ein. Ich hab gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Hm. Ja. Warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also. Was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Kein Problem. Ich besorg euch Fleisch. Mit zwei Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Wir haben Fleisch. Aber was kriegen wir dafür? Das ist doch die Frage. Ich hab hier was für dich. Gut. Du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Wow. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich hab jede Menge Fleisch abgegeben und hab nichts dafür gekriegt, außer 150 Erfahrungspunkte. Was ist mit dir hier? Hey. Na ja. Ich will dir ganz schön nichts sagen. Warte mal. Du kannst mir auch keine Stärke beibringen, ne? Ja, kann ich auch machen. Ja. Keiner kann mir hier Stärke beibringen, verdammt. Das ist doch scheiße. Du vielleicht. Oder... Hey. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Ich will von dir lernen. Okay, schieß los. Stärke kann ich bei dir aber auch nicht lernen. Das ist doch scheiße. Wieso kann ich denn bei keinem Stärke lernen? Hm. Vielleicht bei Parsifal. Mit dem habe ich noch nicht gesprochen. Gehen wir noch gerade zu Parsifal. Ich erzähle dir doch nichts Neues. So. So. Ich muss mein Kopfhörer mal gerade richten. Es kann natürlich sein, dass wir noch irgendwen treffen, äh, außerhalb der Burg, der uns Stärke beibringen kann. Aber ich würde gerne hier jemanden haben. Wo steht es in den Heiligen Schriften? Hallo. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Alles klar. Was kannst du mir über die Schürfer erzählen? Ich habe die drei Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Yergan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.